Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Nachtmagazin. In den 70ern, da war Gunter Gabriel ein gefeierter Country-Sänger. Er hat alles, wovon viele träumen. Ruhm, Geld, Autos und Frauen. Und so groß sein Erfolg, so tief ist dann sein Fall. In den 80ern macht ihm der Alkohol zu schaffen, künstlerisch ist er wenig erfolgreich und sein Geld hat er auch verprasst. In seiner Not sucht er dann Hilfe bei den Fans. Und ich trete für die Aufführung Tausender. Euro. Zuhause auf dem Teppich im Partykeller. 500 mal 1000 und ich nehme einen Schlag meine ganzen Schulden los. So einfach ist das. Also wählt einfach diese Nummer hier. Schlecht. Ja, und der 67-Jährige hat es geschafft, sich doch nochmal aufzuraffen und hat ein neues Album aufgenommen. Heute hat er in Hamburg wieder auf einer richtigen Bühne gestanden und Norbert Lübers war dabei. Ich hab mich im Chaos verlaufen, war oft genug ein Idiot. Mal war ich blau wie der Ozean. Gunter Gabriel, das ehrliche Großmaul. Der Mann, den sie einst als Johnny Cash für Arme verspottet haben. Er muss nochmal raus. Was von mir übrig ist. Es ist ein Muss. Ein einfaches, köstliches Muss. Verpflichtet. Ich bin überhaupt nicht verpflichtet. Ich kann sagen, wir können ja alle gerne haben. Nein, es ist ein Muss. Ich muss da jetzt raus, weil es großartig ist. Hey. Hey, hey, was? Ich brauch mehr Geld. In den 70ern war er einer der ganz Großen im Schlagergeschäft. Der Country-Sänger für die kleinen Leute. Ich brauch mehr Geld. Dann der Absturz. Geld weg, Frauen weg, Plattenvertrag weg. Aber aus seinen Krisen hat er nie ein Geheimnis gemacht. Ich lebe auf dem Hausboot. Ich brauch kein dickes Auto. Ich brauch keine Villa. Ich brauch die Leute, die gerne zu mir kommen, denen ich gerne etwas erzählen kann. Das brauch ich. Und ich möchte kreativ sein und frisch sein und mit dem Arsch wackeln können bis ins hohe Alter. Gunter Gabriel, das Stehaufmännchen. Zwei Jahre lang tourt er durch deutsche Wohnzimmer, Geburtstage, Betriebsfeste, 1000 Euro pro Auftritt. Hauptsache weg mit dem Schuldenbett. Hey, hey, was? Ich brauch mehr Geld. Vor dir steht im Regen. Jetzt steht hinter ihm ein großes Plattenlabel. Gunter Gabriel gibt sich cool und nachdenklich. Und für einen kleinen Augenblick stellt sich die Frage, alles PR oder was? Alles das, was ich sage, ist alles in mir drin. Ich habe eine dunkle Seite und ich habe eine gute Seite, eine helle Seite. Aber die kam nicht richtig zu Tage. Und jetzt gibt es Leute, die mich so drehen, damit das jetzt richtig kommt. Und am Ende der Straße steht dein Haus am See. Auch das junge Publikum soll den alten Cowboy entdecken. Mit Cover-Versionen von Radiohead und Peter Fox und einer Botschaft. Wenn du auf die Schnauze fällst, bleib ruhig eine Zeit lang liegen. Aber nicht für immer. Warte nicht, dass dich jemand aufhebt, sondern komm selber wieder auf die Beine. Ob er den großen Sprung noch einmal schafft? Egal, sagt Gunter Gabriel. Wenn nicht, sind da immer noch die Wohnzimmer. Das war das Nachtmagazin für heute. Im Anschluss gibt es was für starke Nerven. Der Thriller 18 Stunden bis zur Ewigkeit. Und wenn Sie den überstanden haben, werden Sie von den Kollegen der Tagesschau wieder auf den neuesten Stand gebracht, gegen 2.25 Uhr. Kommen Sie also gut durch die Nacht. Bis morgen. Tschüss. Musik 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 Musik